München ist eine super Stadt. Du weißt, ich kenne die Stadt schon für zwölf Jahre. Florenz ist mehr klein, aber es ist eine sehr schöne Stadt. Ich bin glücklich hier. Ich habe zwei Jahre einen Kontrakt mit Ferencina gemacht. Ich will machen, was ich in München gegeben habe, für die Fans. Die Leute lieben Fußballer. Natürlich ist es komplett anders, aber alle Leute sind sehr, sehr glücklich. Ich bin nach Florenz gekommen. Die Leute waren sehr glücklich. Ich bin glücklich. Du weißt, ich liebe Fußball. Ich bin auf dem Platz. Ich bin zufrieden. Alles, was ich auf dem Platz mache, will ich 100 Prozent für meinen Klub und für die Fans machen. Was ist das für mich? Natürlich, nach meiner Karriere komme ich zurück nach München. Ich bin in München zuhause, aber danach für das Futur. Ich weiß nicht, was es gibt. Aber München und Bayern bleiben für mein ganzes Leben. Wir können nicht vergessen, was wir zusammen gemacht haben. Mit Bayern, aber mit den Fans auch. Und ja, sowieso komme ich zurück, weil das ist für mich meine Stadt. Ich bin in München, wir sehen uns in München.